Fitness mit Marc, Folge 28. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Heute verrate ich dir, wie du für unter 200 Euro ein perfektes Homegym aufbaust. Wenn du dich einmal umguckst im Kaufhaus oder bei Amazon oder im Teleshopping, wo auch immer, du wirst feststellen, es gibt Fitnessgeräte für zu Hause wie Sand am Meer. Die meisten dieser Trainingsgeräte, die kannst du getrost ignorieren. Es ist ziemlich leicht, unnötig viel Geld in teures Equipment auszugeben. Wusstest du, dass viele dieser High-End-Geräte, die du in Fitnessstudios siehst, sogar über 10.000 Euro kosten? Zum Glück geht es für zu Hause auch mit deutlich schmalerem Budget. Du brauchst dir weder diese teuren Geräte zu kaufen, noch brauchst du den entsprechenden Platz. Denn schließlich, denken wir an die alten Griechen, die konnten auch ohne Kraftmaschinen der Figur einer Venus oder eines Apollo nacheifern. Du kannst das auch. In der heutigen Episode kriegst du Antworten auf folgende Fragen. Erstens Anforderungen. Was sollten Fitnessgeräte für dein Zuhause leisten, wenn du schnell Fortschritte machen möchtest, wenn du nackt gut aussehen willst? Zweitens, welche drei Trainingsgeräte brauchst du unbedingt? Und das sind die, die du für unter 200 Euro mit kleinem Budget für zu Hause bekommen kannst. Dann gebe ich dir noch ein paar Nice-to-have-Tipps. Das sind Fitnessgeräte für zu Hause, die fast alle in eine Schublade passen und dir noch mehr Variationsmöglichkeiten geben, wenn du noch ein bisschen mehr Abwechslung möchtest und vielleicht auch fortgeschrittener bist. Und als viertes, das ist der Tipp, geh bitte auf die Show Notes, geh bei mir auf marathonfitness.de schrägstrich Podcast und zur heutigen Folge dort der Link. Ich habe dir alle Empfehlungen, die ich dir heute gebe, noch mal in einem kostenlosen E-Book zusammengestellt. Dort gebe ich dir auch konkrete Tipps für Equipment, das ich bestellen würde, das ich auch selbst getestet habe oder auch verwende. Und du bekommst auch noch von mir einen Muskelaufbautrainingsplan, wenn du gerade einsteigst, mit dem du sofort durchstarten kannst. Auch das findest du in dem E-Book. Die ersten drei Punkte, die gibt es heute hier in diesem Podcast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es manchmal so, es gibt Tage, an denen die Zeit gerade mal für den Weg zum Fitnessstudio reicht. Die Trainingszeit, aber nicht für das Workout selbst. Und das sind die Tage, an denen du dein Training früher vielleicht einfach mal abgesagt hättest. Gut ist es, wenn du dann einen Plan B in der Tasche hast und in deinem Homegym trainieren kannst und dort in die Tat umsetzt. Damit das Ganze dann auch funktioniert, sollten deine Fitnessgeräte, die du zu Hause verwendest, einige Anforderungen erfüllen. Das sind meine persönlichen Empfehlungen. Nur die stelle ich dir jetzt einmal vor und du kannst dann auch sehen, alles, was ich dir heute empfehle, basiert auf diesen fünf Anforderungen, die ich mir für dich überlegt habe. Punkt Nummer eins ist geringer Platzbedarf. Ich persönlich wohne in der Hamburger Innenstadt, in der Altbauwohnung. Hier ist jeder Quadratzentimeter unheimlich kostbar. Die Mietenpreise sind recht hoch. Meine Fitnessgeräte für zu Hause sind ziemlich kompakt und ich möchte auch nicht, dass sie meine Wohnung dominieren. Wenn sie sichtbar sind, dann möchte ich, dass sie meine Wohnung nicht verschandeln und sie müssen schick sein. Zweites Kriterium, Qualität geht vor Preis. Wer billig kauft, kauft doppelt, sagt man so schön. Und nach diesem Leitsatz kaufe ich nicht nur meine Trainingsgeräte. Im Zweifel investiere ich auch lieber ein paar Euro mehr in meine Ausrüstung und kann mich dafür auf eine wirklich gute Qualität verlassen, die nicht nach einem Jahr Nutzung schrottreif ist, sondern auch zehn Jahre oder länger durchhält. Ein wichtiger Aspekt, gerade bei Handeln oder Trainingsgeräten, ist natürlich auch die Sicherheit. Auch da ist Qualität wichtig. Dritter Punkt, keep it simple. Es ist wirklich so, es gibt im Fitnessbereich Trends. Jedes Jahr, jeden Monat kommen neue vermeintliche Wunderwaffen auf den Markt und das meiste davon ist in meinen Augen überflüssig. Ich mag die klassischen Geräte, die, die sich bewährt haben. Simple, einfache Lösungen, die einfach funktionieren und die auch vor fünf Jahren schon funktioniert haben oder vor zehn Jahren. Und das gilt für einen Großteil meiner Ausrüstung, die funktioniert einfach, die hat sich bewährt und das ist kein Schnickschnack. Vierter Punkt, leicht beweglich. Natürlich dürfen Handeln schön schwer sein, dennoch sollte mein Trainingsgerät so leicht und so portable wie möglich sein, sodass ich es bei Bedarf auch im Urlaub oder unterwegs dabei haben kann. Und der letzte Punkt, vielseitig nutzbar. Einige Workout-Maschinen sind genau für eine einzige Muskelgruppe und für eine einzige Übung nutzbar. Wenn du mal ins Fitnessstudio guckst, da stehen ganz viele von diesen Maschinen rum. Solche Tools haben im Homegym nichts verloren. Die kosten viel Geld und sie kosten auch viel Platz. Die Tools, die du verwendest, sollten möglichst flexibel anwendbar sein für viele Übungen und für viele Muskelgruppen und natürlich trotzdem effektiv. Die Empfehlung, die ich dir gleich geben möchte, die richten sich nach diesen fünf Kriterien aus. So baust du dir für unter 200 Euro ein Homegym auf. Im Folgenden habe ich dir insgesamt neun Fitnessgeräte für zu Hause rausgesucht, von denen drei Must-Haves sind und sechs Nice-To-Haves. Zu jedem Produkt gebe ich dir Infos, warum ich denke, dass es in deinem Homegym Bestandteil sein sollte und du bekommst auch mindestens eine konkrete Produktempfehlung zu jeder Kategorie. Diese Empfehlung bekommst du in dem Guide, den du in den Show Notes downloaden kannst. Okay, lass uns starten. Must-Have für zu Hause Nummer eins ist ein paar Kurzhanteln. Kurzhanteln kriegst du ab knapp 139 Euro und wenn es nur ein einziges Tool ist, das du für dein Homegym anschaffst, dann dieses paar Kurzhanteln. Lass die elektrischen Bauchweggürtel liegen und du brauchst auch keine klapprigen Maschinen aus dem Teleshopping, auch wenn da ein Promi für wirbt. Das ultimative Fitnessgerät für daheim ist die gute alte Kurzhantel. Insgesamt gibt es neun Gründe, die dafür sprechen, dass du mit Kurzhanteln trainieren solltest. Punkt Nummer eins. Kurzhanteln eignen sich für tausende von Übungen. Wortwörtlich zweitens. Kurzhanteln eignen sich für doppelt so viele Übungen wie Langhanteln. Einfach weil du jede Übung unilateral, also sprich, du kannst jede Körperseite für sich alleine trainieren. Das verdoppelt natürlich das Spektrum. Drittens. Kurzhanteln sparen Geld, dass du nicht in teure Maschinen oder eine Studiummitgliedschaft investieren musst, wenn du es nicht möchtest. Punkt Nummer vier. Kurzhanteln sparen Platz, weil sie größere Trainingsmaschinen oder Langhantel-Racks ersetzen. Punkt Nummer fünf. Kurzhanteln helfen dir, einen symmetrischen, balancierten Körper aufzubauen, weil du jede Körperseite einzeln trainierst. Die beiden Körperseiten sind sozusagen entkoppelt. Punkt Nummer sechs. Kurzhanteln helfen dir, eine starke und stabile Rumpfmuskulatur aufzubauen. Das ist wichtig für eine saubere Technik, dass du einen starken Rumpf hast. Es ist aber auch wichtig für eine gesunde Körperhaltung und für einen gesunden Rücken, gerade wenn du im Sitzen viel arbeitest. Punkt Nummer sieben. Kurzhanteln erfordern mehr Balance. Damit aktivieren sie dein neuromuskuläres System und die tiefliegende Muskulatur weitaus mehr als diese Kraftmaschinen in Studios und auch übrigens mehr als Langhanteln. Achter Punkt. Kurzhanteln zwingen dich in keine vorgegebenen Bewegungsabläufe, so wie Maschinen das zum Teil tun. Damit ermöglichen Kurzhanteln dir natürlichere Bewegung, funktionellere Bewegungsmuster und damit ein geringeres Verletzungsrisiko. Falls du sie noch nicht gehört hast, hör dir dazu nochmal Folge 11 an. Woran erkennst du die besten Fitnessübungen? Und Folge 13, die sechs besten Muskelaufbauübungen der Welt. Und du wirst feststellen, all diese Übungen kannst du mit Kurzhanteln sehr gut durchführen. Und der letzte, neunte Punkt. Kurzhanteln sind in der Handhabung sicherer als Langhanteln. Für den Fall, dass du die Handel fallen lässt oder ohne Workoutpartner trainierst. In der Regel kann da nicht so viel bei passieren wie bei anderen Sachen. Je nach Budget und je nach Platz, den du zu Hause hast, gibt es grundsätzlich drei verschiedene Lösungen, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Die möchte ich dir kurz vorstellen. Die Premium-Lösung sind sogenannte Studio-Hanteln. Die kennst du vielleicht auch aus deinem Fitnessstudio. Da stehen so Racks, wo für jedes Gewicht ein paar fertige Handeln stehen. Häufig sind die silbern oder sie sind auch größer und schon fertig gemacht. Das heißt, du kannst das Gewicht nicht wechseln. Das heißt, du hast für jede Gewicht von meinetwegen ein bis zehn Kilo hast du ein paar Handeln. Wenn du mit der Premium-Lösung gleich loslegen willst, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir zwei bis drei Kurzhantelpaare kaufst. Du solltest allerdings wissen, das ist auch vom Preis her die Premium-Lösung, Studio-Hanteln, solltest du gerade über einen längeren Zeitraum, wenn du nachher auch mit dem Gewicht hochgehst, 500 Euro plus einrechnen. Ein paar ist definitiv zu wenig. Warum? Du brauchst verschiedene Gewichte, weil du große Muskelgruppen, wie zum Beispiel deine Beine, mit wesentlich mehr Gewicht trainieren darfst. Beine haben mehr Kraft als beispielsweise deine Arme. Während du stärker wirst, kannst du dann peu a peu auch schwere Gewichte dazukaufen und dich so weiterhin fordern. Der Vorteil von diesen Premium-Studio-Hanteln ist, es ist relativ unkompliziert. Du musst nichts umrüsten, du musst nur zugreifen, wenn du die Platz zu Hause hast für so viele Handeln. Der Nachteil ist auf jeden Fall der Preis. Ein gutes Paar Kurzhanteln von diesen fertigen Kurzhanteln kostet circa 20 bis 100 Euro und ein vollständiges Set mal schnell über 500 Euro. Diese Art von Handeln gibt es oft nur bis 10 Kilo Gewicht. Gerade für Männer ist das oft zu wenig und sie nehmen auf jeden Fall mehr Platz weg. Eine zweite Möglichkeit ist ein paar variable Handeln. Das ist auch gleichzeitig das günstigste Modell, ungefähr 139 Euro. Du sparst damit Platz und Geld, weil du dir im Prinzip zwei Handelstangen kaufst, auf die du verschiedene Gewichte rauf oder runter schieben kannst. Du arretierst das Ganze in der Regel mit Schrauben am Ende der Handelstange. Was du dazu brauchst, sind also diese beiden Kurzhantelstangen und entsprechend ein Set von Gewichtscheiben und natürlich jeweils zwei Muttern, mit denen du die Gewichte auf der Handelstange dann fixieren kannst. Das Ganze gibt es auch häufig in so einem Komplett-Set. Vorteil ist auf jeden Fall, es ist die kostengünstigste Lösung. Der Nachteil ist, das Ganze ist relativ umständlich. Wenn du die Gewichte wechseln willst zwischen deinen Übungen, dann kostet das Zeit. Das Handling kann ziemlich nerven und die Pausen auch zwischen deinen Trainingssätzen in die Länge ziehen. Das kann je nachdem, wie du trainierst, auch auf den Trainingseffekt gehen. Also auf jeden Fall ein Kompromiss, aber eine gute Möglichkeit zum Einstieg. Und die dritte Möglichkeit von Kurzhanteln ist ein sogenanntes Kurzhantelsystem. Das ist auch meine Empfehlung. Seit einigen Jahren gibt es solche Kurzhantelsysteme, bei denen du wortwörtlich im Handumdrehen das Gewicht wechseln kannst. Für die meisten Menschen ist das auch die beste Lösung für zu Hause. Das Ganze sieht so aus, dass du im Prinzip zwei Handeln hast, auf denen schon alle Gewichtscheiben vormontiert sind und du kannst auf einer Haltervorrichtung von dieser Handel entsprechend die Gewichtscheiben per Klick zu- oder abwählen. Dann hast du sofort das Gewicht, was du brauchst. Vorteil ist, das Ganze ist super bequem im Handling, es spart Platz, weil du nur für diese beiden Handeln Platz benötigst und letztendlich sparst du auch Geld. Das Ganze kostet so um und bei 370 Euro. Gegenüber einem ganzen Rack von Kurzhanteln oder Studio-Hanteln kannst du damit eine Menge Geld sparen. Nachteil, wenn es einen Nachteil gibt, dann den, dass diese Art von Handeln relativ voluminös ist und zu Beginn unhandlich wirkt. Die Handelstange ist auch relativ lang, weil sie meistens so bis 30 Kilo geeignet ist. Die meisten Menschen kommen aber nach einer kurzen Eingewöhnung damit ziemlich gut klar. Neben der Kurzhantel empfehle ich dir noch ein zweites Fitnessgerät für zu Hause. Die gute alte Klimmzugstange. Klimmzüge sind die Königsdisziplin unter den Kraftübungen für den Oberkörper. Wir hatten ja auch in Folge 9 schon mal ein Trainingsprogramm, wie du deine Klimmzüge in 28 Tagen verdoppelst und dabei auch noch die Welt rettest wie in Derna Jones. Vielleicht hast du sie gehört, vielleicht erinnerst du dich. Falls nicht, tipp, hör sie dir nochmal an. Folge 9 ist das. Wenn du eine richtig gute Form erreichen willst und stark werden willst, dann empfehle ich dir eine Klimmzugstange. Nicht nur für die Klimmzüge, du kannst auch andere Übungen damit machen. Eine gute Klimmzugstange für zu Hause ist erstaunlich günstig und in der Regel auch sehr einfach an einer Türzarge zu montieren. Tipp auf jeden Fall, guck dir vorher die Dimension von dieser Klimmzugstange an und misst das bei dir zu Hause nochmal aus, ob das da auch wirklich reinpasst. In die gängigen Türen passen diese Klimmzugstangen in der Regel sehr gut rein. Falls du irgendwie einen Altbau hast oder sehr dicke Wände, dann darfst du da nochmal nachmessen. Klimmzugstange preislich liegt ungefähr bei 29 Euro. Ist damit also relativ günstig und einfach zu montieren. Meine Empfehlung siehst du in dem E-Book, guck mal in die Show Notes. Das ist ein Modell, was du sogar ohne Bohren oder Schrauben einfach einhängen kannst und dieses Modell kannst du auch für Liegestütze verwenden, indem du es abhängst und auf den Boden legst, als Liegestützgriff oder auch für Trizeps-Dips, also relativ vielseitig. Falls du bisher noch gar keinen einzigen Klimmzug schaffst oder vielleicht auch nur ein, zwei oder drei, dann bist du in bester Gesellschaft. Den meisten Menschen geht es zu Anfang so und als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, da weiß ich noch, da habe ich gerade mal mit Ach und Krach drei Klimmzüge geschafft. Wenn du dann trainierst, dann geht das ziemlich schnell nach oben. Du kannst dir helfen, wenn du einsteigst gerade, indem du ein dickes Widerstandsband aus Gummi zur Hilfe nimmst und das kannst du auch einfach online bestellen, zum Beispiel so ein Däuser-Band oder eine andere Art von Band. Wie du das Ganze dann übst, habe ich auch illustriert in meinem E-Book. Schau einfach nach, falls das für dich ein Thema ist. Damit kannst du auf jeden Fall einen Teil deines Körpergewichts abfangen und so den Klimmzug vereinfachen, bis du stark genug bist. Ja und als dritter Tipp von meinen Must-Haves empfehle ich dir, das wird dich vielleicht überraschen, eine Selbstmassagerolle. Kostenpunkt auch knapp 29 Euro. Eine Selbstmassagerolle sollte meiner Meinung nach zur Standardausrüstung in jedem Fitnesshaushalt gehören. Sie ist auch für Menschen empfehlenswert, die gar kein Krafttraining machen. Denn wozu ist diese Selbstmassagerolle da? Damit kannst du deine Faszien, also das Bindegewebe deines Körpers, mit sogenannten Foamroller sofort massieren und du wirst dich sofort besser fühlen. Mit so einer Selbstmassagerolle kannst du nicht nur beschwerende Muskeln und Verspannungen behandeln, sondern du löst auch verklebte Faszien, verbesserst die Durchblutung und du kannst damit schneller regenerieren. Gerade bei Menschen, die halt im Sitzen arbeiten, die vielleicht einen Schreibtischjob haben, ist das eine tolle Option und du vermeidest auch Verletzungen im Training. Falls du es wirklich ernst meinst und dein Bindegewebe, Muskeln und Sehnen richtig geschmeidig bekommen möchtest, dann empfehle ich dir nicht nur so eine Massagerolle, sondern gleich so ein Komplettset zu kaufen. Da sind auch noch Massagebälle dabei, mit denen du halt Trägerpunkte auslösen kannst zur Selbstbehandlung. Da ist auch eine Anleitung dabei, so ein Set kostet ungefähr 50 Euro, die Massagerolle selbst ungefähr 29 Euro. Inklusive Übungsbuch und eine DVD ist meine ich auch dabei. Auch da Empfehlungen, schau einfach ins E-Book. Das sind meine drei Must-Haves und ich gebe dir jetzt nochmal auf die schnelle sechs weitere Empfehlungen, in Summe sind es dann neun, von Zusatzequipment, das ich persönlich nutze und sinnvoll finde und das für dich auch sinnvoll sein könnte. Das Ganze bringt dir dann mehr Spaß, mehr Abwechslung, sozusagen das Salz in der Suppe deines Workouts. Da haben wir zum einen den sogenannten Suspension Trainer oder auch Schling Trainer genannt. Ich verwende ein TRX-Gerät, das findest du auch in den meisten Fitnessstudios. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du eine Mitgliedschaft hast, das sind im Prinzip zwei Schlingen, in die du reingreifen kannst oder deine Füße reinnehmen kannst. Solche Suspension Trainer, die sind in den vergangenen Jahren unglaublich populär geworden und auch fester Bestandteil bei so gut wie jedem Fitnessstudio, aber auch die meisten Personal Trainer verwenden sowas. Der Hauptgrund von diesen Suspension Trainern ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst wortwörtlich hunderte verschiedener Übungen damit machen. Ich persönlich habe so ein TRX Suspension Trainer Force Kit. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Eigentlich ist das Ganze relativ simpel aufgebaut, ist aber qualitativ hochwertig. In diesem Set dabei sind noch eine Übungs-DVD, eine App ist dabei. Du kannst das Ganze übrigens zu Hause auch an Türrahmen befestigen und zwar innerhalb von Sekunden. Es ist wirklich super zu verwenden, auch auf Reisen. Ich habe meinen TRX meistens dabei, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich auf Reisen bin. Da ist dann noch ein Beutel dabei, sodass du das Ganze auch problemlos transportieren kannst. Wiegt, glaube ich, ein paar hundert Gramm oder maximal ein Kilo. Also es ist sogar was, was man ins Flugzeug mitnehmen kann. Das Training mit dem TRX macht unheimlich viel Spaß, finde ich. Du wirst es auch merken, wenn du sonst nicht damit trainierst, dass du ein paar Tage danach Muskelkater hast. So begeistert ich von diesem TRX bin. Es ist für mich auf jeden Fall eine ideale Ergänzung zum regulären Krafttraining mit festen Gewichten, mit Handeln. Warum ist das so? Da verweise ich auch noch mal auf die vorletzte Folge, denn da haben wir noch mal dieses Thema gehabt, Bodyweight-Training versus Handeltraining. Das ist hier genau der Grund. Mit Gewichten kannst du messbare, reproduzierbare Ergebnisse erreichen und du bekommst halt ein sofortiges Feedback über deinen Trainingsfortschritt. Das ist mit dem TRX nur bedingt möglich, weil du da mit dem Winkel arbeitest. Also du bringst deinen Körper einen bestimmten Winkel rein und darüber erhöhst du den Schwierigkeitsgrad oder machst es leichter. So, jetzt ist es schwierig, den exakt gleichen Winkel von heute oder beim nächsten Training noch mal zu reproduzieren. Damit fehlt dir das Feedback für echte Trainingsfortschritte. Wie gesagt, eine gute Ergänzung. Das Ganze ist nicht ganz günstig. 300 Euro kostet so ein Suspension Trainer. Es gibt auch nachgemachte Modelle, die sind deutlich günstiger. Empfehlen würde ich diese günstigeren Modelle allerdings nicht, weil ich persönlich nicht riskieren möchte, dass ich rücklinks an so einer Schlinge dran hänge und dann womöglich die Schlinge reißt. Bei diesen TRX-Geräten oder auch anderen Markengeräten kannst du davon ausgehen, dass die qualitativ auf jeden Fall halten und auch gut sind, wenn du damit einigermaßen gut umgehst. Nächster Tipp und das wäre auch noch mal eine wirkliche Empfehlung von mir, eine Handelbank. Die ist zwar kein Muss, aber mit einer Handelbank bringen Kraftübungen mit Kurzhanteln nicht nur mehr Spaß zu Hause, sie sind auch einfach komfortabler. Also wenn du hauptsächlich zu Hause trainierst, dann solltest du den Kauf einer Handelbank ernsthaft erwägen. Eine gute Handelbank erkennst du im Prinzip an drei Punkten. Punkt Nummer eins ist, sie bietet dir ein solides Fundament. Also die Handelbank muss bombenfest auf dem Boden stehen können. Ein Workout, bei dem die Handelbank wackelt, bringt einfach keinen Spaß. Das kannst du vergessen. Punkt Nummer zwei, die Rückenlehne sollte verstellbar sein. Schrägbankdrücken und fliegende Bewegungen an der Schrägbank gehören zu den besten Übungen, um eine breite Brust zu entwickeln, gerade für Männer, wichtiges Thema. Und deswegen sollte die Rückenlehne natürlich erstmal in der Höhe verstellbar sein, also nicht nur waagerecht, sondern auch im gewissen Winkel. Und auch da sollte sie nicht wackeln, sondern in jeder Position festsitzen. Und der dritte Punkt, auf den ich persönlich beim Kauf achten würde, ist der Gesamteindruck. Auch hier darf die Verarbeitungsqualität insgesamt gut sein. Wenn etwas wackelt an dieser Bank, dann wirst du dich jahrelang beim Training damit ärgern und nimmst dir auch einiges an Spaß. Im Zweifel lohnt es sich auch hier etwas mehr in eine gute Handelbank zu investieren. Kostenpunkt für eine gute Handelbank so ungefähr 200 Euro. Nächste Empfehlung, Nummer 7, Kettlebells. Die Kettlebell ist mehr als ein Trainingstool, sie ist eine richtige Tradition. Kommt aus dem russischen Raum. Eine Kettlebell, falls du sie noch nicht gesehen hast, sieht aus wie so eine Kanonenkugel mit einem Griff oben dran. Sieht man manchmal auch aus so uralt Fotos oder Filmen, wo Gewichtheber dargestellt sind, so in schwarz-weiß aus den 20er Jahren oder so. Die hatten meistens auch solche Kugelhanteln mit Griff dran. Und eine Kettlebell öffnet dir die Tür für noch mehr Vielfalt im Training. Vom legendären Kettlebellswing bis hin zum Turkish Get Up. Falls du noch nicht gehört hast zu dem Thema, empfehle ich dir auch mein Interview mit Dr. Till Sukop. Der ist Kettlebell Master Trainer und das ist die Folge Nummer 18. Da erfährst du auch noch ein bisschen was über Kettlebells. In meinem E-Book gebe ich dir auch noch mal Tipps, woran du eine gute Kettlebell erkennst und wie du das richtige Gewicht zum Einstieg findest. Preis ungefähr so ab 40 Euro. Je nach Gewicht wird es dann auch teurer. Natürlich die teuren Kettlebells sind in der Regel teurer als die leichteren. Empfehlung Nummer 8. Widerstandsbänder. Auch hier natürlich, wir sind noch bei den Nice-to-Haves. Widerstandsbänder gibt es in allen möglichen Größen, Formen und Dicken. Ich habe sie eben schon mal erwähnt. Zum Beispiel sinnvoll können sie sein beim Klimmzugtraining, wenn du von deinem Körpergewicht ein bisschen was abfangen willst. Du kannst Widerstandsbänder nutzen für eigene Kraft- und Stabilitätsübungen. Zum Beispiel zum Training der Außenrotatoren, also hinten Schulterrückseite. Ganz wichtige Muskelgruppe, die häufig vernachlässigt wird und dann zu Schulterproblemen führen kann. Du kannst damit Liegestütze zusätzlich erschweren oder eben Klimmzüge wie erwähnt leichter machen. Preise für Widerstandsbänder fängt so ab 10 Euro an. Und als letztes, das ist nochmal ein Kracher. Ich liebe dieses Gerät, auch wenn es kein Must-Have ist. Der sogenannte Ab-Roller. Kostet auch nicht die Welt, 14 Euro ungefähr. Und das ist ein absoluter Burner für deine Bauchmuskeln. Es gibt 1001 verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und jedem erdenklichen Fitness-Equipment, um deinen Rumpf und deine Bauchmuskeln zu stehlen. Aber wenige Übungen bringen deine Bauchmuskeln so effektiv zum Brennen wie der Ab-Roller. Und das ist halt so im Prinzip ein Rad mit zwei Griffen dran, die du zwischen die Hände nimmst, während du auf allen Vieren kniest. Und dann rollst du quasi mit den Händen nach vorne aus und über die Bauchmuskeln ziehst du deinen Körper wieder in die Ausgangsposition zurück. Diese Übung rockt einfach nur und gehört seit langem schon zu meinen persönlichen Lieblingsübungen. Muskelkater garantiert. Den Ab-Roller gibt es in unzähligen Varianten von unzähligen Herstellern mit einer Rollen, mit zwei Rollen. Ich habe dir eine relativ günstige Variante hier, wie gesagt 14 Euro verlinkt in dem E-Book. Es gibt auch teurere, aber die tut es auf jeden Fall. Also viel Spaß beim Rollen. Damit bin ich auch durch mit meinen Empfehlungen für heute. Ich möchte dir nochmal einen Tipp geben. Wenn du gerade einsteigst mit dem Krafttraining, dann bekommst du in meinem E-Book auch einen kostenlosen Trainingsplan für die ersten vier Wochen. Wie du dazu brauchst du ein paar Kurzhanteln, mehr nicht und kannst damit wirklich sichtbare Fortschritte erreichen in den ersten vier Wochen. Das Ganze bringt ziemlich Spaß. Das ist ein ähnlicher Plan, wie ich ihn auch mit vielen meiner Kunden im Coaching anwende, die gerade erst einsteigen. Und die meisten sagen, Mensch, das bringt mir echt Spaß und machen auch wirklich schnell wirklich gute Fortschritte. Tipp nochmal an alle Einsteiger, die jetzt zuhören. Als Einsteiger reagiert dein Körper auf so gut jede Muskelbelastung. Dazu brauchst du weder ein durch NASA-Wissenschaftler entwickeltes Trainingsgerät oder einen entsprechenden Trainingsplan, noch brauchst du täglich ständige Veränderungen, neue Trainingsreize und so weiter. Das Motto, das ich vertrete hier ist, keep it simple. Und das zweite Motto, das ich dir mitgeben möchte, ist, sei vorsichtig und hab Geduld mit dir. Übertreibe es nicht mit dem Training, gerade wenn du einsteigst oder wieder einsteigen möchtest. Der vierwöchiger Einsteigerplan, der in dem E-Book drin ist, der hilft dir dabei. So, das war's für heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training, vor allen Dingen viel Erfolg. Egal, ob du im Fitnessstudio trainierst oder zu Hause. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Wenn du in der Lage bist, dann kannst du dich, dass dieser Podcast jeweils nachwachen. Vielen Dank.